Traditionell zum Jahresende gibt die Sparkasse Mainfranken-Würzburg ihre Neujahrsdukaten aus. Mit dabei bei der symbolischen Prägung Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchert. Überaus passend, denn ein Amtsvorgänger ziert die Münze. Dr. Wilhelm Josef Beer, seines Zeichen im Jahre 1822 Bürgermeister der Stadt und Gründer der Sparkasse. Es passt natürlich zum 200-jährigen Jubiläum der Sparkasse. Mit Dr. Josef Beer auf der Vorderseite und auf der Rückseite findet man eine alte Zeichnung. Die ersten Schalterhalle im alten Rathaus in der Langgasse. Das war damals noch nicht so oft geöffnet. So einmal in der Woche hat es geöffnet oder am Quartalsanfang zehn Tage. Und da konnte man dann dort auch sein Geld abheben. Damals in der ersten Sparkasse, die am 1.10.1822 gegründet wurde. Die Münzen sind in Silber bis Ende Januar für 20 Euro in der Schalterhalle der Sparkasse in der Würzburger Hofstraße erhältlich. Das ist nicht das. Das ist nicht das.